Musik Im Jahr 1999 haben wir mit der Ruhr-Formation Vorair Blues gemacht, ein Tribute-Konzert für einen Kollegen gemacht. Und dann haben sich etwa 20 Musiker getroffen und da sind so wie neue Gesellschaften entstanden. Und dort ist dann die Idee gekommen, dass wir mehr richtig tanzbare Sound machen, Funk, Soul, Rhythm Blues. Im Jahr 2000 ist es aus der Teflik hoch. Fun steht da für Lustig und Tonic, Gin Tonic. Genau, da gibt's noch was geht tränken. Da müsste man vielleicht einfach noch ein bisschen abmachen, das kann man ja heute am Nachmittag irgendwann noch besprechen, was man für Stücke möchte spielen. Zum Teil in der kleinen Formation spielen nur das Vierte. Dann ist es wirklich Blue Rock. In der grossen Formation geht es natürlich mehr in den Jazz, Jazz-Funk. Wie läuft das? Wir könnten auch mal schnell vielleicht eine Settliste zusammenstellen und schauen, was wir sonst noch dazu könnten. Wir könnten uns anzünden, wir könnten auch mal ein bisschen Tachles sprechen. Und ich lockere dann immer so ein wenig mit Drehversprüchen auf. Ich würde mal sagen, es ist ein tanzbarer Sound. Es geht von Funk über Jazz, Soul, Blues, Rock. Also können wir alles. Wenn du wieder mal tanzen möchtest, und du möchtest umtschämtschen, dann buchst du uns und dann hast du ein gutes Live-Erlebnis. Wir wollen gerne eine gute Stimmung auf den Bühnen und ich denke, das ist der ideale Musikstil. Wir sind eine der knackigsten Live-Bands, die es gibt. Weil es auf der Bühne abgeht, und wenn es auf der Bühne abgeht, dann geht es auch vor der Bühne ab, und dann kommt die richtige Stimmung auf. Weil mit uns hat man eine gute Stimmung, Party, einfach cool. Geht posten. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020